Hallo Leute, da mein Video bei einem Rücksprogramm heute nicht funktioniert, muss ich das Ganze gleich etwas anders machen. Und man gibt euch endlich eine Silie am Steintorff der Holzbrücke zu finden per Quest. Dann schickt ihr euch in Gebiete hier auf der Schatzkarte. Ihr habt pro Tag zwei Gebiete, danach morgen zerwettere und übermorgen dann die nächsten. Das Ganze passiert sechsmal, also selten noch. Und dann ab morgen auch ein besonderer Schatz, das geht ja so, dass das dritte Gebiet erkundet worden ist. Ihr bekommt 60 Münzen, die ihr mit der Seele suchen könnt. Dann könnt ihr euch beim Händler, wenn ihr genügend Münzen habt, Sachen eintauschen. Ihr könnt nur eine einzige Seele aussuchen. Seele legt ihr im Inventar an, dann aktiviert ihr sie so wie die Heiltasche. Euch wird dann im Gebiet gezeigt, ein Kreis angezeigt, wo ihr hin müsst. Seele leuchtet, zoomt, wenn ihr richtig seid, dann grabt ihr und fertig. Danke fürs Ranschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.